Hallo, ich bin der Bernie Sagmeister. Ich bin seit 1. März 2021 in der Salzburg AG zuständig für Marketing und Vertrieb in der Rolle eines Chief Commercial Officers und freue mich natürlich auf die Herausforderungen, die dieser Job mit sich bringen wird. Im gesamten Bereich Customers & Markets sind rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Bernie Sagmeister übernimmt diesen Bereich während einer sehr spannenden Zeit im Unternehmen. Ich bin Gott sei Dank in einem Zeitraum zur Salzburg AG gestoßen, als diese sich selbst und natürlich auch von außen einen enormen Wandel unterzogen hat oder unterzogen wird. Wir sind sicher aktuell in der Transformation vom Landesenergieversorger hin zum Green Tech, nicht nur weil wir das wollen, sondern auch weil es der Konsument und der Kunde von uns fordert, weil wir vom klassischen Strom- und Energieanbieter uns in einen Bereich wandeln müssen, der nachhaltig, der ökologisch und der umfassend digital wirtschaften soll. Die klassischen Produkte, die Strom, Energie, Gas, Fernwärme, Telekommunikation natürlich, werden vor allem jetzt durch diesen Wandel erweitert, durch Produktbereiche wie Photovoltaik, wie E-Mobilität, wie hoffentlich bald Wärmepumpen, hoffentlich bald Wasserstofflösungen, was ganz klar diesen Wandel, von dem wir alle sprechen, hin zum Green Tech-Unternehmen widerspiegelt. Als besondere Herausforderung sieht der gebürtige Lungauer vor allem die Digitalisierung der Produkte. Das klassische Beispiel bei der Energiegemeinschaft, ein Produkt, das auf klassischen Produktprinzipien wie Photovoltaik beruht, durch die Digitalisierung aber angereichert werden muss und dann tatsächlich zu einem klassischen Green Tech-Produkt wird, weil es dem Kunden, nennen wir es wie es ist, übers Handy de facto die Steuerung seiner Energieversorgung ermöglichen soll. Meine persönliche Vision ist ein Unternehmen, das so aufgestellt ist, dass es den Herausforderungen, die immer schneller werden, die immer umfassender werden, die sich absolut dynamisieren, um mit glücklichen Mitarbeitern diesen Herausforderungen zu entgegnen. Wer mich kennt, weiß, dass ich natürlich als Konzernkind aufgewachsen bin, aber aus diesen klassischen hierarchischen Strukturen versuche, Wege rauszufinden, hin zu einem großfunktionalen, wesentlich partizipativeren Arbeitsmodell, wo jeder Einzelne sich einbringen soll, also wirklich soll, nicht nur darf, sondern soll und jeder Einzelne auch eingebunden ist. Bei Entscheidungsfindungen, bei Prozessausübungen, bei operativen Tätigkeiten, völlig egal. Warum liebe ich meinen Job? Also mein Job, ich bin ein Mensch, der prinzipiell von Challenges lebt, also die Herausforderung treibt mich an, mich treibt es an, wenn Dinge sich ändern, wenn Dinge sich erweitern, wenn Dinge wachsen und das sehen wir ja gerade jetzt bei uns. Aber das Coole daran ist, dass es neue Challenges sind, dass es neue Herausforderungen sind, dass es neue Wege sind, die wir gehen müssen, auch im Energiebereich und das treibt mich an. Wenn auch Sie Lust auf neue, spannende Herausforderungen haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at slash Durchstatterin.